so account ach ja ich glaube es war zwölf oder ja ich habe mein und melvin denk dran du kannst mit uns reden du bist jetzt special guest melvin ist ein spezialer gast heute der die schule saugt ich muss erst mal zu tyrox zurückfinden redbilds ich möchte oder volk modus ich möchte treude volk bild ja komm übernehmen ich will zu tyrox zurück und muss erst mal kämpfen toll oh mein gott es ist halt so einfach es ist halt so einfach was ist einfach aion zu starten ja das sowieso ich will die karte kleiner machen hier die frage ist allerdings was mache ich heute oder was machen wir heute ähm quests weitermachen ich habe mir halt das letzte mal offscreen die unternehmen quests geholt und die musst du ja auch noch holen als letztes haben wir diesen dieses riesige flattervieh bekämpft hm weil ich muss ich muss erstmal was wunderschönes runter stellen nämlich die sounds der kommt mir halt ernsthaft bis hier hin da her gerannt zu dir so ein arschloch ey der reißt mich an juhu er reißt mich an da war er tot plattenstiefel okay warte 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 bleib doch mal stehen ich komme der bauste hinterher äh guck mal hin an du hast immer noch dein schwänzchen so wo rennst du jetzt hin ich weiß nicht wie müssen wir denn eigentlich hin so ähm wir müssten ich hab halt offen mögen möge der kamerad in ruhe frieden flüchtlingshilfe und das goldene das geheimnis von sub subteranea peter ne ich muss noch bis äh 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 52 noch zu machen äh dürfte dir eigentlich nicht mehr viel fehlen und da muss ich zum marajaslager juhu 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 das ist ja da unten muss ich äh monster bekämpfen und dann muss ich zum geisterwelt hoch da ist noch ein quest offen ja du mit deinem speed speed spring mal hier runter da unten sind übelst geile mobs ich bin da auch schon runter gesprungen aus versehen aus versehen aus versehen ja ja und dann musste ich vor dem monster erstmal wegrennen soo raiyan geist magia muss ich umhauen das ist irgendwo hier kann ich nicht einsammeln da hinten haha war ich zu nah dran soo soo erster ist down hat nix im inventar so'n arschloh geist krieger geist magia das ist das falsche ziel das ist kein gültiges ziel äh sooo mana stein ausweichen plus 17 hab ich bekommen ist der gut muss ja ne ich hoffe dass der ihr habt ein ungültiges ziel ausgewählt äh frittiertes frittiertes dittl dings ich glaub die namen von den besachen hat sich alles melven einfallen lassen ja hab ja hab verdient das ist das falsche ziel hab ich da was hat er verdient also die namen ne ja aber das sind der hätte sich auch mal ein paar namen einfallen lassen können die man aussprechen kann wie peter groß hans genau magfett ich hätte auch jemanden aus schweine backmennen können ja 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 ähm von jedem noch zwei krieg ich hin krieg ich hin das ist kein gültiges ziel mana stein heilstärke plus 2 oh cool scheiße äh alles sterb gleich wieder ich kann den nicht annehmen warum das äh 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 kann man nur ein mana stein pro würfel neuer das wär ja doof nein 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 oh ich werd tot warum da ne wo hast du es letzte ne du bist doch auch wieder am arsch der welt Kriegst du das hin? Ich hatte ja das letzte mal extreme Probleme. Die bekomme ich nicht hin. Ja gut. Ich versiere um die Wiederherstellung. Ich vertraue dir. So. Kaffte 14. So. So. Normales. Normales. Besser keine Zeit. Eine Frage ist allerdings, wo, 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 wo. Das ist das falsche Ziel. Oh. Wir sind... Schön, dass ich da bin. Ich weiß, ich weiß nicht, wo ich muss. Okay. Ich muss mich auch noch binden an den Ort, damit ich nie wieder so eine Kackprobleme habe. Zwitscher, Zwitscher. Zwitscher. Als ob man das hört. Ja. Warum hört man das? was für ein gezwitscher ich höre gar nichts ich schon ja als ob er das hört das sind also du hast vögel ich hab vögel also im kopf genau der im kopf hat ihren vogel das ist nichts mehr magst du gobbels punkte was gobbels punkte ich kenne zwar gobbels seit wann verteilte punkte seid gegrüßt gobbels oh der hat noch eine question ach du scheiße wo ich denn jetzt hier hin wird mir nicht angezeigt inventar der helm ist besser eins zwei wo ist der dritte mann stein hin oh nee so eine scheiße melden seine schuld man warum weil ich das sage ich habe ausrüstung dies besser als meine die ich angelegt habe und ich rüste die einfach nicht aus läuft melden seine schuld so ich muss dort zum goldenen ich muss vielmehr wer vornepeule noch egal die ist ich muss dann ein auch Wo ist Gatz, der Goldene? Will er mich verarschen? Gatz, 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 Gatz. Da unten. Äh. Äh. Hilfe. Hilfe. Oh, scheiße. Wegpunkt setzen, Wegpunkt setzen. Wie? Keine Ahnung. Warum kann ich hier nichts looten? Weil du hier bist. Ja. Mann, Eik. Ja, ich gehe ja schon. Ich muss diesen komischen alten Mann dort irgendwie... Los. Los, Eik. Los. Lauf. Fein. So. An. Ja, jetzt werde ich angegriffen. Toll. Papi. Ah. So, jetzt muss ich zugegen. Und lösche den... Ich weiß nicht. Was? Bring sie Toast hier. Gatz, der Weise. Da ist er. So. Gehört weiter zu. Wie einfach klein Cassidy hinter mir herrennt. Loschen. Ja. Wasserfarben-Schuppe. Loschen. Da lang. Nein, ich will jetzt nicht kämpfen. Haha. Widerstand. Ach, warte mal. Das bist du. Ich muss in die... Scheiße. Wie komme ich denn da hin? Da lang. Ich muss halt später noch in dieses Flüchtlingslager unbedingt gehen. Ich muss dort unbedingt, äh, noch die Ene-Quest machen. Diese Map, die ist so nervig. Nein, ich muss ein wenigstens sein. Uargh. ARD Text im Auftrag von Funk